Happy Birthday Afyal Khan. Happy Birthday Lokesh Gurja. Happy Birthday Saddam Saddam. Happy Birthday Nandan Kurma. Happy Birthday Mohamed Firuz Mia. Happy Birthday Monja Laskar Yates. Und ich spiele heute mal wieder BR Ranking. Viel Spaß. Okay. Ich denke, es ist jetzt ein Spiel mit dabei. XX Poncho. Battle Royale. Battle in Style. Weil, der wurde höher gewengt, letztlich. Ach, das ist halt weg. Kommt, das Wander. Ich darf lieber nicht bleiben. Ich bin einfach hier runter. Ähm. Gehen. Äh. 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 Kommt, hier oben. Oder in der Halle rein. Und dann werde ich jetzt mal probieren, sechs Euro Gold einzusammeln für ein Key. Aber wenn ich den Key schon so finde, nehme ich den Key natürlich auch so. So. Okay. 600 Gold. Ähm. Auch ein Rucksack. Alles andere ist jetzt erst mal egal. 100 habe ich schon. Da ist ein Shop. Ich habe keinen Rucksack. Warte mal. Key 600 Rucksack. 200. Ah. Mist. Rucksack. Wo bist du? Level 1 Gut, dann kann ich schon Noch mal CO1 haben wir hinten gemacht Und dann brauche ich jetzt die Gold Gold, Gold, Gold Boom ist rein Ach da unten links Ja Ich glaube die 6 von Gold Kriege ich nicht zusammen So, ein Mist Braucht er nur 2 Haufen Das ist ein Haufen glaube ich Jawohl, ein Haufen Ich habe 600 Gold Okay Jetzt könnte ich Schnell mir die Dingens holen Die Dingens Den Schlüssel Und Schaffe ich das noch bis da oben hin So, erst noch den Schlüssel holen Und dann muss ich Ah, den Schlüssel kann ich mir hier holen Das schaffe ich noch Nur nicht mehr So den Dingens hin Das schaffe ich nicht Kauf Zack Haben wir gekauft Jetzt Was drücke ich da hin Da hin Das müsste ich glaube ich schaffen Und das sind Wie viele Meter Doch 30 Meter So eine lange Strecke Da wächst es eine goldene Kiste Das ist auch schön Das ist auch짓 Das ist auch schon Baumann Das ist ja Das ist für mich Das ist ja Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Bei anderen Leute. Ich bin ein Wunscherz und ich bin ein Wunscherz. Ich hätte nur einschossen. Ich hab nichts gesehen. Jetzt müssen wir hier schnell und raus hier. Okay. Waren gute Sachen da, aber naja, ihr habt es ja gesehen. Da habe ich mich halt nur so schnell ausgerüstet. Ah, man. Entweder schießt er da mit dem Granatwerfer. Oh, da hat er einen 9mm. Wenigstens habe ich jetzt erstmal meine Sachen hier gut ausgerüstet. Hm, das war das Spiel. Hier, genau. XX Puncho. Mal schauen, wie der sich bewegt. Schon ein bisschen komisch, oder? Guck mal, wenn er so schlägt, zieht er automatisch dahin, wo er ein Spieler ist. Killing spree! Killing spree! Killing spree! Killing spree! Killing spree! Also er macht keine Kopfschüsse so, wie man sieht. Killing spree! Huh... Killing spree! Komm ich melde. Äh, Abnormalschuss. 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 Gut. Es geht weiter. Bis gleich. Okay, ich bin jetzt Nummer 1 gerankt. Wir wollen schauen, ob wir diesmal was mit dem Key richtig schnell hinbekommen können. Okay, da ist das Blaue. Da gibt es viel Geld. Da fliegen wir hin. Ist das Haus auch noch drin? Im blauen Bereich. Dahinter sind auf jeden Fall die Dingens. So, dann rennen wir mal los hier. Zack. Einmal rüber. Und wir wollen uns hier die Standardausrüstung. Diesmal war, wie es auch sagt, kein Spiel mit dabei gewesen. Also sprich, es sind nur NPCs hier. Ach, da ist eine Schlüsselkarte. Wollen wir auch keine mehr zu kaufen. Schlüssel haben wir. Großen Rucksack haben wir. Und da hinten haben wir. Und da hinten haben wir. Den Arsenal. Blum, blum, blum. Wie der auch heißt. Wie heißt denn der? Arsenal. Tresor. Ich nenne ihn mal Tresor jetzt. Tresorraum. Ah, ein 66 Sekundenest. Ich darf doch nicht rein. Ich bin zu früh. Blum, blum. Lass mal wechseln, ja? Wir nehmen einmal Geh. 2 Und F Aufwerten. Okay, ich bin drin. Wenn sie rot leuchten, Gah, nimm Wasser, F, 2, F, okay. Was für welche haben wir hier? Wir haben einmal die MP5 und die SCAR, okay. Jetzt sind wir natürlich richtig gut ausgerüstet. Mal schauen, ob wir die Waffen so ein bisschen aufrüsten können. Vielleicht mit dem Zielfernrohr, wenn da eins rumliegt. Keiner hier. Weitere mal noch ein bisschen hin. Da ist kein anderer, der sich hier die Sachen rausholt. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dann kriegen wir mal weiter hier 40 Meter gibt's Geld Preuss war nicht mehr Erste Hilfe Kassel, den kann ich gebrauchen Ach so weit weg So weit weg Oh Oh WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Killing Spree 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 Achtung! Wir sind in den nächsten Mal! Wir sind in den nächsten Mal! Bisschen! Ach wir steigen jetzt! Alles geklappt! Das war jemand! Ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dann. Viel Spaß und auf Wiedersehen. Tschüss. Ah erstmal gucken was ich hier noch... 4,4 bin ich schon. 17 Scharfschätze bin ich. Ninja bin ich. Beherrscher bin ich. Perfekt. Ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017